Musik Achso Leute, da sind wir übrigens wieder beim neuen Let's Play Wir machen jetzt hier, ganz kurz Äh, wir machen das hier Achso, wir wollen zurückkommen Also eine Seite, ich an meinem Körper total feiere Ich kann ungesunde Chips fressen, wie ich will, ne Ich werd, ich krieg einfach keine Pickel Also ich hab am letztes Wochenende ein Kilo Chips gegessen Und hatte am Ende genau einen einzigen Pickel Der jetzt inzwischen wieder weg ist Au Reiz geben sie mir grad ein bisschen Vor allem, wie easy du da durchpusht Das ist total nix, ey Warte ganz kurz, ich muss nachladen, ich muss nachladen Kein Problem, ich geh weiter Hu 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 Komm jetzt Nein, Wolf Okay Ey Nicht nett Okay Jan Du hast jetzt die spätakulärste Action Du kannst ja schon mal sprengen Du musst, kannst du mir bitte schnell aufelfen Dass ich rausspringen kann Ah, wo bist du? Da Okay, warte Also du darfst schon aufstehen, ne? Just saying Okay, Wolf Ich bin weg Ich bin weg Wichy Ähm Jan Wir haben ein Problem Ja, weil wir die Money Pellets nicht released haben GG What? Ich dachte Ich dachte, du hast Du warst noch viel eher da Okay, wow, danke Ja, und deswegen springst du auch noch runter Ja, ich dachte, du hast das schon gemacht Egal, ich kann jetzt durchlaufen Ja, dann push ich hier unten noch ein bisschen Ja, ich hab's schon Alter, ich muss eins sagen Na, Akimu, Waffen sind ja mal Hammer OP Ich glaube, ich werde mit dem Set mal ein bisschen spielen Warte, warte, warte Ich muss erst noch den Scheiß öffnen Jetzt kannst du raus Wui Warte, mal gucken, ob du es schaffst Ey, probier mal durch das Dinner rein zu fliegen, bitte Oh Gott Oh mein Gott Warte Ich habe voll gegen die Pohnen geklatscht So Warte Ich habe gegen die Pohnen geklatscht JV-Ein, was So, komm Komm zurück So, jetzt geht's mir besser Wo ist denn der kaputte? Äh Keine Ahnung Du musst in der Nähe sein Ja, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht Ist der oben drauf? Ich habe da gerade nicht drauf geachtet Oh, hier Ah, okay Ernsthaft, der Taser hat mich immer noch Stirbt er mal? Jetzt hat er mich wieder, oder was? Stirbt doch endlich Ich verstehe es doch, Taser Du bist genauso wertlos wie deine minderwertige Familie Achso, das ist Doch, Manni Äh, du hast nicht zufällig eine Schlüsselkarte, Jan, oder? Äh Wir müssen aufs Dach Ne, oben drauf Nein, ich bin voll auf den Grund Hartgeklatscht, warum? Äh Komm, du musst noch zugeben Es war doch fürs Let's Play Doch einmal jetzt witzig, oder? Ich war's mega geil, also Ich bin auch gut Klatscht mal das Heide Besser als die Missile an sich selber Irgendwie hast du recht Alter, das ist mein neues Ganz ehrlich Das ist echt so ein neues Oh, oh Ja, ich bin tot Das ist echt ein Low-Bobby, weißt du das? Komm jetzt Komm jetzt Okay, ja Guck mal, die Boxer hat ihn auch Ja, das hoffe ich mal Hoxton, schaut mich so an wie so ein behindertes Kahn, Nicke Hoxton Hof hilft dir Okay, da unten nicht Ich helfe Keiner hilft mir Auch ein Low-Bobby Äh Ja Okay Ich bewege deinen Arsch hoch Ja, denkst du, wo ich gerade dabei bin? Nix machst du gerade Bewege deinen Pringles Arsch hoch Ey, die Pringles Außerdem sind die Pringles geil, ja? Was ist eigentlich deine Lieblings-Pringle-Art? Was ist das Interesse? Die Onions Oh, die hand ich gar nicht, Alter Ich bin überhaupt nicht on den Film, muss ich ehrlich gestehen Geschmacksache Ja Wenn du es magst, dann ist es bestimmt das Größte Aber ich persönlich Find bei Pringles die Paprika-Chips am geilsten Au, 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 au Ja, die sind ja auch ganz okay Dafür kann ich schnell wohl, ich muss aber gucken Alter Ich bin schon down dann Äh, ja, genau Ja, wo bist du? Okay, komm Ich weiß noch, wie du im anderen Netzpaper Das mal getrailt haben Wo du dann in den Kast Als du reingejoint bist Wieder in den Kast In die gekommen bist Sogar ist es gerade einfach mal einfach reingesprayt Vielleicht habe ich ja was getroffen Ah, das sind es ja alle Nein, nein, ich höre gerade keine, äh Äh, bösen Seiten Näh, heh Wenn du fragst Wäre auch unpassend jetzt im Witzbaden Das kannst du ja wieder in den Pausen machen Bravo Wenn ich das schon höre, wieder Bravo Ich will ja nicht, ich will ja nicht sagen, aber ich spreche draußen Richt hier ein Mal so als Frage an meine Zuschauer Was denkt ihr, welchen Akzent hat der? Okay, jetzt kommt der Test Wie viele Schüsse brauche ich für den Dozer? Alter, ich habe nur 18 Schüsse Ich merke gerade, dass ich keine an habe Ernsthaft? Ja Was hast du dann an? Irgendein Stealth-Kacke Oh, ja, nein Weißt du, auf Top ist so schwierig für mich Ja, komm, kleine Challenge Mach mal eine Challenge Pass auf jetzt Wenn du jetzt wieder am Ende stirbst, dass ich dich diesmal zurück Äh, ja, machst du Komm Nein Such mal die zweite Es müsste eigentlich, ja gut, eines wieder oben auf der Tankstelle Okay Geh mal zur Tankstelle Da oben ist schon ein Kopf, ey Den stech ich ab wie ein Kanacke Schmacht ihr Messer Doch Junge, ey Junge, ey Weil warum ist da eine Leiter? Jetzt habe ich extra eine Leiter mitgebracht Okay, well, you know where it is Woher weiß der, dass wir wissen, wo das ist? Woher weiß Lock, dass wir wissen, wo es ist? Der kann uns doch nicht sehen, der hat doch nur Hörkontakt mit uns Wer hat doch nichts signalisiert Ja, ey, wir müssen doch nicht sehen, welches ich damit lebe Ja, stimmt Wayne kann ja auch durch das Mikrofon smellen, äh, riechen, ob das Mev, was wir gerade kochen, gut ist Irgendwie läuft das Helfen, helfen, helfen Oh shit Ja, ja Warte, ich plant dir kurz was Ich plant dir helfen Ich plant ne Bombe, warte, hier Medikit Bei mir, Jan Nein, nicht da lang, andere Richtung Hä, ich hab doch hier mein Medikit Oh, hey, ich kann durch die Wand Haha, GG Sehr gut, guck mal so gut Oh, 3 Hier ist ein Sniper Ja, kannst du den kurz holen? Ja klar, ohne Grinder kann ich den Sniper sehr gut holen Na ja, meine Prezi ist halt nicht die beste Ich geh wieder rein Ja, ja Jetzt muss ich ein bisschen Halt dich mal bitte Weil ich kann sein, dass der Sniper mir gleich ein One-Shot gibt Kannst mir helfen? Ja, ja Wirst du mal hochhelfen, danke Stopp Alter, steh doch auf Ja Weißt du, du bist zu kernbehindert um dich anschreien zu lassen Das kann echt nicht sein Hilf mal dem, äh Ding hier, na Der KI Die ist jetzt nämlich auch gleich Ja, ich bin gerade down Schon wieder? Ja Geil, also Hox ist schon mal k Hilf dir, ich hab nen Sniper wenigstens da Warte hier, ich plane gleich nochmal den Doktor weg hier Nimm dir bitte mal hier das Mad Pack Weil er ganz da hinten ist, ey Hab ihn Ja, 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 ja Da kommt einer hoch, Hilfe Okay, ich hab den einen Sniper down Okay Hier da hinten ist der letzte Bei dem Baumarkt Wo? Obendrauf? Ja, obendrauf Nein! Oh shit, er hat mich doch noch Nein Ich mach jetzt wieder die Spain, 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 Franz Warte, warte Warte, warte Uah, weg Okay, hab ihn Okay An der Seite Aber warte mal, wo war's? Oben drauf, ne? Ich hab die Leiter Warte Ach, hat sich doch gelohnt, die Leitermütze Ja, natürlich Schau mal Verdi war erklärt die Welt Zumindest hier können wir leichter verteidigen, weil hier können wir ja die Typen von direkt oben weg holen Ich hab halt jetzt leider keine Mad Picks mehr Ah gut, du hast aber noch eins, okay Was passiert, wenn ich die Mad Kid Tasche da drauf lege? Dann geht das weg, das ist gerade eben schon passiert Warte, warte Ja Die Mad Kid Tasche wird dann zusammen mit dem Helikopter weg geholt Warte, lass uns nicht, wie wir anschauen Äh Ich hab's nur echt anschauen, hätte Nee Ja, wo ist denn der Helikopter? Da kommt er doch Oh! Ich hab den Bug wieder auszuprobieren Aber eigentlich doppelt so schnell Schön wär's Oh Oh, schön wär's Sniper Auf ihn Da ist noch ein anderer Na komm Ah, jetzt haben sie mich gerade anvisiert Kann ich nicht down machen? Mann Wir gehen echt nicht down Ah, jetzt hat's Ich find's geil, wie sie einfach ein Meter vor mich in den Unternehmen schießen Genau Kacke, da vorne ist ein Bosa Ja, komm einfach zu mir, komm einfach zu mir Fabian, du lebst doch noch Ah, jetzt bist du tot Okay Warte Vor allem ganz kurz zu mal wie sehe ich die Bosa Fiste Ähm Ja Vorführeffekt, vorführeffekt Ja, so macht man das Ja, vorführeffekt Recht scheiße, weißt du das? Ja 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 gut Raus, ja Ach da ist da Nee, am Arsch liegt ja mit weg, ey Ach lol, der ist auch noch da Hä Ooooooh Sniper Alter, die haben aber echt grad zuviel Freizeit, ey Renn einfach Jan, kommst du noch mit? Ja, bin ich so. Komm mal los. Mach schnell, ich gebe dir Deckung. Ja, mach du, mach du, Blendoran. Ja gut, Wolf ist jetzt auch noch down, passt. Sind jetzt wieder unsere beiden Carries im Knast, passt. Ja, dafür werden wir beide am Ende als Ziel vollkommen. Pass auf, da ist ein Wolf. Oh, der hat ein bisschen, der hat, der hat kein Visier mehr. Das war uns. Okay, ja, halt. Pass auf, geh hinter, geh hinter, geh hinter. Ja, ich helfe dir kurz auf. Weg, push einfach durch, push einfach durch. Ich sehe nichts. Shit. Shit, du musst den Taser holen. Okay, ich bin weg. Ich komme hier. Ja, ja, ich darf dich. Alter. Bewege dich, bewege dich, bewege dich einfach. Bewege dich einfach. Los, los, los. Ah. Komm los. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Verteidige von hinten, verteidige von hinten. Mach mal los auf, mach mal los auf, mach mal los auf, mach mal los auf. Alter, ey. Flash. Es ist noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Die können immer noch vorpushen, ne? Ja. Wir können. Ja, wir kommen. Jetzt durch. Warte. Oh Gott, ich bin laut. Komm, komm. Ins Boot. Gas geben. Gas. Du wirst jetzt sterben, Jan. Ich werde sterben, scheiß drauf. Soll ich denn den heiß ohne dich abschließen? Ja, komm, fuck, mit Gas. Okay. Das ist so ein Ende, weißt du? Das ist so ein perfektes Ende. Der einzige Held fährt mutterseelenallein in seinem Boot heraus. Jetzt wird noch so eine Musik anspielen. Nein, 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 nein. Bitte nicht nochmal. Ich will nicht sterben. Alter! Oh Gott, Alter. Nie wieder. Ach komm, war doch ganz witzig. Ah, aber nie wieder. Ah, gut, kann ich verstehen. Oh man, aber das war halt echt... Das war ne coole Runde, muss ich sagen. Doch kurz um Display in Chips gekannt. Easy! Du Noob, du hast doch Scheiße bekommen! Ha! Bitch! Achso, falls dich jetzt mal interessiert, ich zeig mal ganz kurz, auch wenn es völlig uninteressant ist, dass es nur normal ist. Das wäre für diesen Heist jetzt mein Set gewesen. Der Rest sieht auch kein Man. Ja, ist ja eh nur Overkiller in dem Sinne. Gut dann Leute, ich hoffe euch hat dieses Display gefallen. Wem es gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst doch ruhig ein Abo da. Und bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Ciao! Du musst auch noch Ciao sagen! Ja'll! Au! Au!